hallo zusammen in diesem video mag ich euch die quest liana düsterquam zeigen die ist in diesem gebäude der legion hier anzunehmen hier ist der eingang ich starte von dieser position aus hier sieht man auch die koordinaten laufe also in dieses gebäude und hier kann ich die quest annehmen liana düsterquam beim selbnamigen npc liana düsterquam hierbei muss ich den selen erntort vernichten dieser befindet sich gleich hier das ist dieses hier mit der rechten maustaste angekommen dann muss man kurz warten und dann ist die quest auch schon abzugeben bei liana düsterquam macht noch mal die map auf und hier die koordinaten hoffe ich konnte euch helfen ciao